Im heutigen Video soll es darum gehen, wie ihr ganz einfach den Offline-Modus in Steam aktivieren bzw. auch wieder deaktivieren könnt. Das Ganze ist relativ einfach und zwar drücken wir dafür einmal hier oben auf Steam drauf und dann können wir hier einmal auf Offline gehen drücken. Dann sind wir offline und wenn wir wieder online sein wollen, dann drücken wir dort wieder auf Offline gehen. Ihr könnt das auch bei euren Freunden machen, hier bei Freunde, für die könnt ihr nämlich auch offline gehen. Das Ganze geht auch. Das sind dann die verschiedenen Methoden. Wenn ihr wieder online gehen wollt, drückt ihr einfach hier drauf. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, gerne ein Like, Abo da lassen und dann bis zum nächsten Mal.